huibu sag ich jetzt mal willkommen zu einer neuen runde golf is your friends und die friends sind natürlich auch alle am start und zwar unser spielsatz fielder olli hallo dann die manari aka kim hallo und der liebe daniel ist auch dabei ich weiß nicht was ich sagen soll ich bin da und wir spielen jetzt die grusel map let's go bisher sieht es nach bibliothek aus das schon gruselig nach harry potter aus die musik ist auch so ein bisschen man muss erhalten um den ball zurückzusetzen das habe ich natürlich vorher nicht gemacht okay das war zu das war zu sanft naja du bist durchaus so ein softie so kann auch ein kompliment sein naja eigentlich selten und wenn es von ein kerl kommt ist es ein kompliment oder umso schlimmer eigentlich egal wie jetzt haben wir noch nicht geguckt ob wir das auto scoreboard weg machen können ihr wolltet ja nicht durch alle einstieg ich hab's in den optionen nicht gesehen du hast doch so ziemlich alle optionen durchgemacht oh gott nö ich habe dann abgebrochen ihr wolltet ja nicht mehr nicht mehr wissen nein nicht genau da ist ja scheiße wer wollte das kollision ja wer wollte ich hasse kollision bingo kacke wieso kann ich ja wieso liege ich so kacke ich komm mir nicht über den dreckigen boden hier mensch ich fall immer wieder auf die blöden laminat zurück hier bei mir hat es erstaunlich gut funktioniert warum leuchtet mein ball eigentlich voller energie ach so ja mit l übrigens genauso wie bei goldfit müsste das funktionieren aber ich hab nicht l gedrückt kann ich auch demnächst mal probieren ja keine ahnung jetzt da oh nein naja gut aber du bleibst da das dumme mäuselloch da sag mal kim immer noch da hinten am rumeiern ja ich weiß auch nicht was das ist was los der rollt einfach so lange ja dann trage ich hier zurück das fängt schon wieder so richtig gut an ich finde einfach mensch ja ich krieg nervenflattern vom letzten loch immer vorm loch krieg nervenflattern huch das sah komisch aus das rot vom boden tut meinen augen weh der rote teppich ist für dich ausgerollt so schön ich finde das cool hier mit den mit den unebenheiten vielleicht nicht zu doll was ja man kann ja auch immer aus seinen vorgängern lernen wir haben hier den boden gewischt den teppich mit wasser vollgemacht ja ah oh da ist aber auch ja ok zu doll verdammt hä was kommt jetzt für euch hin oh tut mir leid ich glaube du bist an mir abgeprallt oder am loch keine ahnung ich war in electromagn compte ich komme wenn du beim letzten mal gewonnen hattest mjeh havia Schweinchen Alex So Oh Ganz darüber Müssen wir da hin? Kapau Ist jetzt auch noch nicht direkt eine Fahne Na gut Und wir müssen da rüber? Oh Okay, hätte man besser starten können Das ist ja ein ewig langer Weg Hier ist noch so ein So eine Teppichunebenheit Die will ich ja nur nicht unbedingt mitnehmen Ach, hei je Ich mach zu wenig Speed Oh Glück gehabt Aha Okay Dann jetzt Wow, nein Das war echt zu doll Tschüss Bitte Bitte Dachte, da kann ich nicht unbedingt zu doll machen Doch Sag mal, wie weit geht denn das? Sehr weit Immer wenn ich euch nicht sehe, denke ich, ihr seid irgendwo ganz weit vorne schon Und ich hänge noch in den Dornen Das ist manchmal auch umgekehrt Ach, das war das falsche Loch Ja Ich hätt's auch kein erstes Projekt Ich hab extra Speed gemacht, damit ich da rüberkomme Das ist ja doof Vielleicht hätte man abkürzen können mit richtig viel Speed Kann natürlich sein Das ist ja Scheibenkleister So Ah Ein Rundlauf Schön Achso Ach, das ist wagerlich Echt jetzt? Ich glaub, ich mach das nicht Das ist schon zweimal schiefgelaufen Ja Aber ich weiß nicht, wo es dann weitergeht Achso Ach, ja, hier Äh, hier Das ist nur so ein Wandellauf Ja, okay Machen wir mal Machen wir mal so Alles andere bringt ja auch nix Oh, das war zu Das hat gepasst Das ist jetzt natürlich interessant Ich glaub, das klappt nicht Aber ich probier's mal Oh Nein Dann nutze ich mal die Chance nochmal ganz kurz in die Optionen zu gehen Oh, shit Ich muss mich positionieren Alles andere bringt nichts So Musik einen Ticken leise gemacht Ja Das ist eine Überlegung wert Ho Wow Und da ist er weg So, hab mich mal zurückgesetzt Gab das jetzt Strafschläge Hab leider nicht drauf geachtet Da fliegen hier die Die ganzen Stühle durch den Raum Die Löcher aus dem Käse Vor allen Dingen, ja Das auch Das hat wirklich ein bisschen was Von Hogwarts Ja, ne, total Klopp Am besten müssten sie jetzt noch Die Bahnen verschieben Wie die Treppen in Hogwarts Ja Hör auf, ey Wir sind erst bei Loch 6 Wer weiß, was da noch alles kommt Das wär cool, ey Puh Ähm Er sagt nie Wir müssen da irgendwie auf den Wagen drauf Oh Gott Ich hab eher die Sorge Dass der uns wegschiebt Okay Das war zu wenig Schmack ist Ne, der ist nur ein Hindernis Was ab und zu mal In der Nähe ist Würde ich sagen Koin Ah ja, okay Dann jetzt so Äh Da darf ich wahrscheinlich nicht raus Äh Wie ungünstig Ja Das war nix Geist huibu Stimmt Wo da Warum mach ich den gleichen Fehler nochmal Okay, es gibt einen Strafschlag Wenn man sich resettet Das mach ich dann auch nicht nochmal Da gibt's so Fußabdrücke hinter dem Wagen Da wird ganz im Kreis Den Geist hier Nicht Noch Ein drittes Mal Oh man Ich krieg's nicht hin Alle gute Dinge Sind vier, ja Ich weiß Jetzt machst du es nochmal 5, 6 Mal Dann passt das wieder Ja Ja, vor allen Dingen Aus Spannungsgründen natürlich Aus Gründen, genau Das ist ja schon Sind da schon genug Schläge hier Jetzt rollt die Kugel da wieder runter Komm, bleib stehen Och nö Sorry Leute, ich will nicht resetten Kostens Strafschlag Nö, alles gut Erstmal mit Gemütlichkeit Meine Zeit sieht jetzt auch nicht blendend aus Ach, das ist doch ein Scheiß jetzt Ja, komm, mach hin Also wenn du immer so spielst Nimmst du mir die Zeit echt nochmal Auf 10 Minuten pro Loch hochstellen Findest du unterhaltsam, ja Ich merk schon, der Alex kriegt Oberwasser hier gerade Nein Es ist einfach mal beruhigend Wenn die Physik mal macht, was ich will Mann, wann ist denn diese Schräge hier mal zu Ende Das ist ja nicht zu fassen Ich hab mir ja mal spaßhalber Ähm Oh Von euch Golf mit Folgen angeguckt Und hab mich dann gewundert Scheiße, wie flüssig geht denn bei euch der Ball Ganz was Neues, ne? Ja, im Video sieht man das bei mir gar nicht so, wie schlimm das eigentlich ist Oh Oh, ein Riesen-Buhu Hey Der Geist Ein Zoom-Spring kommt jetzt zurück Hä? Ach, der blockt Ein Block-Buhu Äh, Dings Weg Ein Block-Buhu Äh, mich hat er jetzt eigentlich weitestgehend in Ruhe gelassen Ich schaff's noch Ich schaff's wirklich noch Ah, nach so Yeah Ach, da muss man runter Anfänger So, jetzt schiebt er mich weg, ne? Ah Ich check bei den Dinger nicht Oh nein Oh, Löcher sind Das war zu wenig Ach, rei Das geht ja munter weiter da vorne Okay Ha Kollision Kollision Diese scheiß Kollision Ich will sie da ausstellen Nein Oh, wo bin ich? Hat das geklappt? Irgendwie hat das geklappt Ich frage mich auch auf Wo du bist? Ja Nicht wer du bist Das auch Ach, Mist Lillian, hier hinten in der Ecke Das ist natürlich Oh, nein Ich kann Oh Was? Ne, ich kann nicht rauszoomen Das war zu viel Ach, nö Oh, das ist mies Nein Okay Ah, das ist jetzt aus der Ego-Sicht gespielt Wie fies Double bogey Ah Ach, ärgerlich alles, ey Irgendwie ist mein Zoom kaputt Ich kann auch bei Kim grad so schlecht Ich glaub, ich hab die Bugs abbekommen Der Zoom-Bug Der Zoom-Bug Ja Ja, vor allen Dingen Wenn das so bleibt Ne, jetzt ist es wieder gut Ne, es ist überhaupt nicht gut Es Och komm Es springt ganz komisch Jetzt haben wir aber auch so einen kleinen Zoom-Bug Ja, ich auch Ich glaub, das liegt grad am Loch Okay Ja Ach Dann einfach schlagen Ab, runter hier Nicht in die Lücke Nicht in die Lücke Ui Das bleibt hier sogar auf dem Dings hier stehen, oder? Oh, Glück gehabt Ähm, okay Oh, schön rechts rum Okay Das war schlecht Ui Oh Ui Was ist denn das da für eine Für eine Für eine Für eine Kritze Oder Schallplatte Oder was weiß ich Ist das ein Teleporter? So wie aus Golf Probier's aus Na, ich weiß nicht Ne Ich denke eher nicht Ach nee Es ist eine Scheibe zum Abprallen So, wir haben Kollisionen, Alex Ich warne dich nur, ne? Na ja Ach, du Schreck Doink Hallo Ja, lieber einen Schlag mehr Das stimmt Ja, weil da noch Riesenabgrund ist Oh Gott Ich seh mich schon an so einer Stange Abprallen, oder was das da ist Oh, shit Ah, das war ganz knapp Heilig Ja, du Ich hab Vollspeed, glaub ich Schon gemacht Ja, ich glaub, hier muss man Äh, ordentlich was rausholen Alter Oh, Alter Bleib Liegenbleiben Das war zu toll Ach, Mann Wer ist denn da schon wieder im Loch? Ja, alle außer mir, würd ich sagen Ne, ne, ich bin auch noch auf Lochfindungsexpedition Oh Oh Was, Kim, warst du schon die ganze Zeit drin? Ja Boah, wir brauchen so lang bei denen Du kannst dir nebenbei schon Kaffee kochen Still und heimlich Oh, ne, normalerweise bin ich ja immer die, die ein bisschen länger braucht hier Ist das so? Also gefühlt, ja Manchmal fühlt sich das bei jedem so an Oder jeder fühlt sich so Ach, hei je Okay, über die Mitte hüpfen Super, genau das Glück hat mir jetzt nicht Ne, oder nicht Ach, hei je Da kannst du eigentlich Vollgas geben, würd ich sagen Ach, du Heilige Vollgas Kommt mir jedenfalls grad so vor Ja Huch, zieh, zack Ja, komplett Vollgas, okay Moment Wow Das war ein Dusseltraumschlag Ein was? Ein Dusseltraumschlag Okay Wie der Unter... Ich hab nicht gewusst, was ich hier treibe, aber das hat sich ein Hauptschlag da draußen geguckt Wie der Untergrund hier so ein bisschen zerkratzt ist, find ich schön Dass man so ein paar Spuren sieht von Vorgängern So Muss man jetzt durch das komische Ziegen-Digert durch da? Oh ja, sieht so aus Ja, muss man... Oh nein Ach, guck mal Das ist doch auch so ein... Ich hab wieder so einen dreckigen Winkel erwischt, dass ich an einem Ei abgebrallt bin von ihm Das ist doch auch so ein bisschen die Harry Potter-Schriftart hier unter dem... Unter dem Bock da, finde ich Ach, die ist schon wieder Jetzt denke ich in diese Scheiß-Ecke Oh Nein Rübergeflogen Hi Oli Ja, hallo Ach, wir sollten mal diese Reset-Penalty ausmachen, wenn man das hier auch kann Nee Entschuldigung Nein Ach, puh, Glück gehabt Was ist das? Oh nein Oh, danke schön Mich in die Richtung gebracht Siehste, du liebst Kollisionen Ja Oh Gott, ja Oh, klar Das ist toll gemacht Wow, jetzt hab ich schon Angst gehabt, der schießt mich hier weg Da ist ein Gorilla Aber ist doch kein Nebel da Das waren jetzt auch Gorilla im Nebel? Ja Hey Daniel, du kennst ja einen Film Nein Ich glaube, er hat das nur zufällig gesagt Das ist ja der Witz Ja, ich hab mir das irgendwie nur so überlegt Hä? Irgendwie Gorilla im Nebel hab ich schon mal gehört, glaub ich Aber das war jetzt eigentlich purer Zufall Okay Ja, ich seh da auch was witziges an der Seite, genau Sollte das etwa funktionieren? Ah Ah Oh Gott Hm Weiß ja nicht, wo ihr so lang seid Was spricht denn gegen die Mitte? So weit erstmal nicht Aha Aha Ach, da oben in In den Was ist denn das? Man kann die Kamera nicht so weit nach oben kriegen Naja, egal Das ist ein Bär? Ein Bär Bär Oh, shit Ein ausgestopfter Bär Nein Nein Ah, doch Okay Puh Shit Nein, doch So in etwa fühlt es sich da Jetzt versaue ich alles wieder Er wird wieder hibbelig Ja Ah, okay Jetzt will ich sehen, wie es da durchgeht Volle Möhre Trufter Interessant Volle Kanä Susanne, ja Und dann wieder so ne Scheiße Ich hab da echt immer die Krüze an den Fingern Nächstes Spiel Hä, nee, nee Das kann doch nicht wahr sein Das ist echt, das ist unfassbar Super Abkürzung Das nächste Spiel heißt dann Goal for Fit Goal for Fit Ach, leck mich doch Ja, jetzt was sau ist Ach, Mann Ich wünsche, Olli hast gewonnen Das gibt's doch nicht Ja, das ist, also Das Schlimme ist, wenn du dich jetzt auf den normalen Weg zurück manövrieren willst Dann brauchst du auch wieder etliche Schläge Soll das geholfen haben? Achso, du gehst jetzt mitig Okay Dass ich gerade bin Ja Oh, Mann Bringt auch nichts Oh, Mann Es ist doch ein Witz, ey Es ist immer ein So ein Scheißloch dabei Es ist immer das gleiche, ey Oh, wo? Oh Sag mal, warum haben die da immer solche komischen Oh, das ist aber fies Muss man da genau durch Oh, ja Alex hat's Okay Bei sowas bin ich gar nicht gut, ja Vor allem wenn ich jetzt sehe, was danach kommt Ihh, da ist ja auch so ein blöder Huckel Der ist ja Ach komm jetzt Der ist ja mal nicht zu unterschätzt Das kann ich dann so ein blöder Brett ab Das kann jetzt wohl nicht wahr sein Boing Boing Huckel Schon wieder Daniel kämpft Nächstes Spiel, next Guck Da ist er Ich finde dein Triceratops toll Ich sehe den gerade gar nicht Nicht? Der wird irgendwie nicht dargestellt gerade bei mir Echt? Ja Hast du jetzt die Die Problemchen? Ja Bei dem Triceratops kann es mir aber nur recht sein Der ist cool Oh man Hat mich voll aus der Bahn geworfen jetzt Oh Ha Was ist jetzt? Ein Teleportationskessel oder nicht? Uh Wir werden es wohl nicht rausfinden Das ist doch viel zu wenig Ah Sehr gunstig Kann ich durch die Mitte Oh Oh Nein Soll ich jetzt unten raus Nietzsche, Nietzsche hier Ach komm ey Jetzt komm ich am Nüppel da an Nüppel Unfassbar Aber schöne Halloween-Mucke Mhm Nimm Dauerschleife Baby Pop Baby Pop Sympathisch Oh 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 Jetzt ist es wieder mit der Kollision gefährlich Das ist das Schweine Was ich übrigens sehr gut finde ist, dass man während man schon ausholt noch justieren kann Ne Man kann noch die Richtung ändern Alter was hab ich denn da jetzt gemacht Ah Shit Das war so nicht gedacht, aber so ähnlich Shish Komm Komm Show me Das war komisch Kärp Peeo So war es gedacht Oh Ach ja je Okay Oh du bist jetzt sogar noch ganz Oh 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 Ich rutsche Ich rutsche da Ah Oh Huiuiui Ach nö Das war erst Erst glücklich Dann unglücklich Sag ich mal Ja Olli Ist es bei deiner Kugel hier die ganze Zeit überall in Comics auch peng, blöng, bum, 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 bum So ein Elf Pow Pow Ey überall diese Pum-Köpfe, das ist doch voll ekelhaft Nicht zu vergessen, Skidusch Skidusch Oh Hä Äh, einer fehlt Kim? Ja, ich bin rausgeflogen, Netzwerkfehler Nein Kann man dich wieder einladen? Keine Ahnung Sie war ja Host Ich hab dich leider nicht als Freund Kann zumindest, also ich kann es auch nicht Ja nun, dann spielt ihr mal ohne mich zu Ende Pff, oh fuck Das ist ja kack, geh Aha Okay, das war doof Ich will jetzt nicht Escape drücken, sonst bin ich wieder ganz raus Ähm, ich weiß noch gar nicht, wo ich hier so lang eiere gleich Das weiß ich auch noch nicht Ich hab so das Gefühl, ich will die Mitte Aha Na einmal riskier ich's Komm runter, du Buch Komm runter Oh komm, ey Jetzt hab ich aber wieder Glück Ja Ja Hahaha Ich hab super abgekürzt Oh, ah ja Upsala Kann man da doll machen? Ja, ich denk schon Ich würde sagen Das trägt einen so hoch Hm Okay Äh Ich bin, was? Achso, ja Okay, passt Ekelhaft Wie bescheuerter Fallgelegen war jetzt wieder Unfassbar Ähm, uh Upsala Ich probiere jetzt ganz nach oben Na gut, probiere auch einmal ganz nach oben Das ist wieder so ein typisches Ding Puh Ähm Das hat nicht gereicht Ich weiß nicht, wo es weitergeht, wenn ich ehrlich bin Die Spinnweben sind schon ein bisschen Hä? Missverständlich Ja, ja Vorher haben sie eine Ach, die sind wie eine Rampe Ja, ja Man geht nicht rein, sondern man geht rüber Ja, das ist wirklich Etwas unklar Na gut Äh, das war Da wollte ich nicht hin Ja Hallo Ich glaub, ich hab Hey Hey Ich bin wieder unverschuldet in Not geraten hier Ich bin wieder Ich bin wieder bei einem anderen Loch rausgekommen Wo wir schon mal waren Ähm Heiler Ich will hier runter So Genau Den wollte ich machen Was? Hä? Doch, doch, doch Das ist richtig Alles klar Oh Ach komm schon Ich hab hier echt kein Gespür dafür Diese Kugel ist so leicht wie eine Feder Ja, man muss sich dran gewöhnen Auch an die Schlagstärke vor allem Ich bin schon mal dreistellig Ich glaub, Kim denkt, sie hat jetzt auch Sprechverbot Sammelst du die Punkte? Nö, ich hab nur nix zu sagen Oh nein Oh nein Aber mein erster Schuss ist immer für die Hose Äh Geh da rüber Ja unten Ganz in die Ecke Ach Beziehungsweise in die Mitte Oh, da kommt ein Packe Beilchen wieder Alles klar Ich komm hier aus der Station raus Das ist ja der Wahnsinn Wow Ach, das ist aber ungünstig hier Okay Ach, da ist ein Beschleunigungspfeil, wenn ich das richtig sehe Ja Okay Ich heiz jetzt hier voll durch, wenn ich ehrlich bin Ja, voll Tschö Bing Bing Ja, komm Ist nicht wahr Wollte ich sagen Ist nicht wahr Ich dachte, man landet hier automatisch drin Das dachte ich auch Hat nicht so geklappt Gruselig Ähm War's das? Ja Achso, ja, das war's Ja, ich hab Ich hatte noch zugehalten, deswegen Ja, du hast mal wieder gewonnen Yippie yay Tja, das war eine hervorragende Horrorrunde Was auch immer der Horror war Oder, äh, Grusel Die Map allein war der Grusel Ja, für dich schon, ne? Ja Ich hoffe, das nächste Mal ist Kim wieder dabei Aber Wenn ihr mehr von Kim sehen wollt Dann geht doch auf ihren Kanal Die hat noch ganz viel anderen geilen Stoff Wir haben es natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt Genauso wie den Kanal vom Spielsatz Failedem Olli Der hat auch ganz viel Stoff Zum gucken Also unfassbar viel Und wenn euch dann noch langweilig ist Dann kommt zu uns Wir haben noch viel mehr Stoff Naja, viel mehr nicht Aber wir haben noch ganz viel anderen Stoff Ja, und das soll es jetzt von mir gewesen sein Jetzt dürft ihr euch noch verabschieden Ciao, ciao Äh, dann wohl ich, ne? Tschüss Tschüss Jo, bis dann Tschüss 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 Tschüss